Was geht Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's play Fallout 4 und immer noch keine Aufnahme Session Beziehungsweise einfach weil ich momentan absolut kein Nerv mehr dazu und nach der Arbeit Moin alter Gamepitch pack halt noch mehr rum als du es ohnehin schon tust Ah ja, eine Menge nichts Oh Guck ihn dir an, die Mongo In you face bitch Ja, gut Oha Gewalt Oh, Gewalt gegen Dogmeat Alles klar Weißt du, Dogmeat steht unter Beschuss Dogmeat hat einen Gegner angedemmt Ich spiele Logik aber nee Oh Dogmeat, du schaffst das schon nicht immer her Aua Ula Aua Wie anzufangen du noch nicht Wow Au Lul 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 Aua Lul Fund einfach mal Gul Halt das Lut 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 Geil Hier Lul Lul und bau stellen da raus alles klar und zwar eigentlich die Gude äh Gude ist ja schon so gut handel aber hey ähm auf der herr Oh, lecker Knopperz. Telefon, Junge. Bist der Ding am fighten, hier ist mein Telefon mit. Planke. Okay. Oh, da geht's schon wieder nach draußen. Null. Red Hirschleder, Bierflasche, ein bisschen anderer Scheiß, wow. Hat es hier nicht gelohnt, hier reinzugehen, nicht. Die Cambridge, ah ja. Oh, Junge, Knopperz machen so hart süchtig, Alter. Das ist schon nicht mehr normal. Ich mache Montag nämlich auch Überstunden und das merke ich nach zwei Wochen Urlaub. Und, oh, Alter, ich bin Montag der Arbeit so im Arsch, Alter. Ja. Jetzt mit anderer Arbeitsklick hat jetzt Urlaub. Jetzt muss ich seine Schicht noch mit übernehmen. Oh, Junge. Wir haben die Zente Herdnis, Alter. Ah, ja. Warum schleichen wir eigentlich rum? Ich kann doch einfach den hier. Das jubbt mich doch nicht. Ciao. Deine Mama. Deine Mama hat da sein. Hallo, darf ihr sein? Was war das? Deine Mama. Eure Mama ist da alles. Solche Inzestkinder. Heute kein Kackgeräusch. Heute kein Kackgeräusch. Nice. Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Ja, Kampf. Dichter. Weg, feige Menschensau. Hallo. Nicht so unhöflich hier. Endlich bleibend stehen. Hm. Bist du dir da ganz sicher? Einfach rein sprain, gib ihm, Alter. Oh, vor allem es hieß, ja, wir stehen in den Startlöchern für das nächste Fallout 76 Update. Merke ich. Really? Die AP-Leiste, Alter. Hä? No, no, no. Voller gehabt mich schon da oben, ja, alles klar. Ah, ich liebe meine Laser-Minigun. Oh, wie zum Beispiel meine Gatling-Laser. Wo geht's denn hier hoch, loh? Was am Ohrkratzen sonst? Ich grepier nur. Oh. Achso, wahrscheinlich geht's da lang, wo der Hund hält. Achso, okay. Alright, weiter. Achso, ich muss mich nicht behalten. Oh. Das war vom Dach gepflückt, Junge. Oh. Viele Darm... Lull. Moin. Oh. Geh mal her. Nämlich alles mit. Oh, das geht da noch höher. Und mit Powerarmor ist das so ein bisschen so... Seht ihr? Das... Oh, Bruder. Da geht's doch safe noch lang. Vor allem, da geht es safe lang, wo eine Powerarmor das behindert. Weil er sich so behindert bewegt drinnen. Oh, Spasti. Oh, das bewegt ein behaartes Arschloch da hinten. Oh. Ach was. Das geht hier auch noch. Oh, muss ich jetzt mal hier drüber. Hier gegen, ne? Nicht, dass ich's sehe. Gut. Langweilig. Ich bin auf den höchsten Punkt des Gebäudes da jetzt, Alter. Finde ich nicht nett. Was man die Rüste nicht so einpacken kann wie in 76. Und dann da hochklittern kann. Das wäre um einiges einfacher. Ich weiß ja, da ist ja nicht gesprungen, obwohl ich drei gedrückt habe. Oh, Mann. Alter. Er ist so behindert, der Typ. Oh, Mann. sieht's aus. Aber gut. Wenn das Spiel meint, nö, ist nicht. Dann, gut. Lauf. Beweg dich. Dann meint das Spiel das halt so. Ist auch okay. Lächerlich. Lächerlich. Was haben wir denn noch in der Richtung? Mal, by the way. Das Riesenboot, ja. Na. Nabbend. Steuervollzugsbeamter, dürfte ich mal ihr Zeug beschlagen, ne? Sie haben jahrelang keine Steuern gezahlt. ja, brah lewe ich meine Okay, gut, das Beben kann man auf jeden Fall schon mal safe nicht von uns. Na, was ist denn ein anderer Insel? Stadtteil? Ja, moin, Alter! Das ist so ein Wasser. Hä? Du hast schon Lutz und Welt und ja. Moin. Los, mach's kaputt doch nicht. Oh, hier ist ein Gebäude. Oh. Nächster. Oh, ist in der Raider-Base oder sowas. Oh, wo liegt die scheiß Leiche? Oh, Dogmeat, rennen wir nicht immer vor die Fresse, Alter, wenn ich irgendwas looge. Und ich seh die Leiche nicht. Oh. Ich sehe hier keine Leiche. Ich hab mich doch hier grad jemand erschossen. Ist der jetzt hier weggeglitscht oder was? Ein schlechter Scherz, Alter. Oh. Oh, fuck mich nicht ab, wenn ich nach Loot von einer Leiche suche. Die aber nicht hier ist. Er hat nur ne Waffe, Digga. Was soll der Mist? Bis Hester, Alter. Ganz ehrlich. Er wird geistig behindert. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist so. Meine Fresse. Ihr macht zwar große geile Spiele so, ja. Aber. Es kann doch nicht sein, dass hier so viele verfickte Bugs in jedem Spiel von euch sind. Mein Gott. Kann doch nicht wahr sein. Gib mir das. Bevor ich pisst bin. Aber dann muss ich hier auch noch. Das Termin ist gleich noch mit der Geschütze. Molotow. Right away. Schachbrett, ja. Aber hier lag doch auch noch einer. Hier vorne jemand weggeschossen. Es kann doch nicht sein, dass er jetzt auf einmal weg ist. Ja, moin. Das siehst du auch voll, weißt du. Ach. Okay, das ist zu, weh? Ja. Oh. Ja. Oh, halt die Fresse, Dormi. Dormi. Oh, halt die Fresse, Dormi. Dormi. Ja. Ich. Was? Du hast so was vom Tod. Tja. Ich hab den Level 9 ergegen. Wer ist tot? Ich nicht. Ich. 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 Du dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Ich hab mich doch gar nicht versteckt. Ich geh doch in den Offensiven, ja? Logik. Komm, Level 1. Ciao. Bist du mal mein Hund? Oh, Alter. Du Hund. Marde. Wo ist der kleine Wichser hin? Tja. Und da ist noch Fahrschutz. Hä? Lol. Mhm. Was machst du denn? Die Gegner sind teilweise intelligent. Oh, er hat eine Laser Minigun, eine dicke Power Rüstung. Den müssen wir jetzt trotzdem noch angreifen. Ja, hier vorne legendärer Raider, also. Wow. 45er Impro. Geil. Alles, was ich schon jemals haben wollte. So, weil wir hier reingehen können und noch Träktron aktivieren können und hier abschlachten. So, mit Träno. Ja, gut. Ja. Aktivierung, Protäktron, Zulpinzen. Das war's. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Tja. 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 Wir haben... Was zum Teufel war das? Weiß ich mich. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Da war er zu wert. Das war's. Da war's. Hast du ja mal einen? Überrascht? Wer ist da? Oh, Juhu. Das hat die war wirklich auch... Der ist da. Oh, Juhu. Der war wirklich auch. Oh man, mein Hals ist übelst, äh, äh, übelst angekratzt, aber ich bin sowieso voll gereizt, ich weiß auch nicht. Nur ein Geräusch, nee. Ein paar Klammerboxen. Ich hab mal irgendwas geiles, aber ich hab nichts jungen Waffen aus dem Herbst. Wtf, ey, die Raiders sind einfach nur geistlich krank. Ich mein, Digga. Digga. Was ist los mit euch? Stimpecker, Klammer, ja. Pümpel. Ja, gut. Ramin, Schädel. Was machen die Pizze hier? War das hier so eine Shopping Mall oder was war das? Wống da so eine声ze footfälle? Was da haben sie schon? Ich kann mich nicht hier öffnen, oder? Das war doch ganz einfach so. Was? Irgendwie klingt inzwischen alles erschreckend. Mhm. Ciao. Danke. Geh ich gleich gucken. Sue's Terminal. Gucken wir mal nach Sue's Terminal. Ja moin. Wo ist diese Sue? C'mon. Grisworlds Terminal. Wo ist das? 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 Danke. Oh Mann, ey. Die Raider sind einfach nur durch. Oh, 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 oh. Oh, okay, die haben wir ihn. Ha. Nope. Granaten-Buckett. War's das schon? Lul. Oh Gott. Oh, leuchte Strahlung. Ah, okay, verstehe auch die Strahlung. Cambridge und Span-Expert. Hier, mach man das mal. Ja. Na. Hm, hm, hm. Und das Ding ist, ich nehme die Vorder-Vier-Folgen momentan täglich hoch. Ich warte über die Vorder-Vier-Folgen auf Update, wo sie gesagt haben, dass sie nicht startlich entstehen. Dann werde ich auch mal wieder reingucken und es aufnehmen. Äh, es kommt jetzt in New Order, läuft ja. Es läuft ja noch Minecraft. Ja, und ich glaube, da und da ich so viel arbeite und Überstunden, die ich das mache, ich komme nicht mal dazu, die ganzen YouTube-Videos, die ich schauen will, zu schauen. Whisky. Geh mal weg hier. Los. Mach mal ab. Du. Du. Na los, komm. Wow. Wow. Nice. Dortmitte hat er was gefunden. Was denn? Eine Splitter-Mine. Ah ja. Ist hier im Wasser nichts gegen Gegner oder so? Hm. Was denn? Briefkasten. Ja und? Ein Silber-Medeo. Willst du jetzt einen Preis dafür? Weißt du, denkst du so? Geil. Oh ja. Geh mir nicht auf den Sack. Weißt du so? Ja geil. Da hab ich noch was gefunden. Bestimmt Munition, Medikamente oder was zu essen oder zu trinken. Also ja. Fein. Mein Silber-Medeo. Ja mooin. Das war's komplett. Okay. Ey. Und ich sage, wenn's euch gefallen hat, aboniert den Kanal, lasst ein Like, da teilt das Video. Schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf... Die war was wieder nicht nachgelaufen, nigga. Ja moin. Schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Macht's nicht gut und macht's besser. Ciao mit V.